Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. Oktober Eierwürfe auf Fenster mit Israel-Flagge in Marburg Immer mehr Flüchtlinge in Gießener Erstaufnahmeeinrichtung SPD-Wahlschlappe löst Rücktrittswelle in einem Ortsteil aus Elfjähriger nach Chip-Smooth-Probe in Gießen im Krankenhaus Das und mehr hören Sie heute im Podcast Vier Jugendliche sollen in Marburg mehrere Eier gegen eine Fensterscheibe geworfen haben, in der eine Israel-Flagge hing Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind die Jugendlichen zunächst am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden Dort versuchten sie Polizeiangaben zufolge, den Besitzer der Flagge zu finden Ein Zeuge habe die Vier dann am frühen Abend bei den Eierwürfen gegen die Fensterscheibe beobachtet und dies der Polizei gemeldet Nach der Tat seien die Jugendlichen unerkannt geflohen Der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können Zu dem Vorfall kam es inmitten des seit mehr als einer Woche andauernden Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas Angesichts von Woche zu Woche steigender Flüchtlingszahlen steht das Team um Manfred Becker Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen vor großen Herausforderungen Seit vergangener Woche hat die EAEH auch eine Außenstelle in Frankfurt, in Halle 8 der Frankfurter Messe Aktuell seien die Unterbringungsmöglichkeiten an allen Standorten erschöpft In Gießen habe man kurzfristig hinter der Leichtbauhalle des Landgerichts eine Fläche angemietet und dort zwei weitere Leichtbauhallen mit 200 bis 300 Plätze errichtet Direkt neben einem festen Gebäude, in dem die Stadt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht hat Eine dritte Halle wird hinter dem Vorratslager der EAEH entstehen Dann aber, so Becker, seien die Kapazitäten in Hessen erschöpft, ob in Neustadt, Büdingen oder Areusen Da kommt die Messehalle in Frankfurt gerade recht, sie ist aber nur ein Notnagel Sie kann nämlich nur bis zum 15. Dezember genutzt werden Ab Januar ist sie bereits vermietet Zugegriffen hat Becker dennoch, weil er die Zuweisungen in die Kommunen kalkulierbar halten will Wir blicken nach Gladenbach Bei der Hessenwahl ging es nicht um ihre Person und Ämter Dennoch ziehen sie Konsequenzen aus dem Absturz der SPD und dem damit verbundenen Aufstieg der AfD Weidenhausens Ortsvorsteher Markus Wege tritt Ende des Monats zurück Mit Elfi Kirch, Stefan Düppers und Brunhilde Becker legen drei weitere Sozialdemokraten am 31. Oktober ihre Mandate im Ortsbeirat nieder Stefan Düppers erklärt, das Ergebnis der Landtagswahl habe in unmissverständlicher Deutlichkeit gezeigt, dass im einst sozialdemokratisch geprägten Weidenhausen eine überwältigende Mehrheit der hier lebenden Menschen offensichtlich nicht mehr die Werte und Grundüberzeugungen teile, für die er und seine Parteikollegen stehe Im 2500 Einwohner zählenden Ort kam die SPD am 8. Oktober lediglich auf 15,4 Prozent der Stimmen und fiel damit deutlich hinter die CDU mit 37,8 Prozent und AfD mit 25,9 Prozent zurück In diesem Ergebnis sind die Stimmen der Briefwähler nicht berücksichtigt Ein Kind aus dem Landierkreis ist Opfer einer gefährlichen Mutprobe geworden Der Elfjährige kaufte am Freitag für 10 Euro einen Hotchip an einem Gießener Kiosk Nach dem Konsum des extrem scharf gewürzten Chips bekam das Kind gesundheitliche Probleme Hinzu geufene Rettungskräfte mussten den Jungen schließlich in eine Klinik bringen Das berichtet die Polizei Ein solcher, besonders scharfer Chip hat einen Schärfegrad von ca. 2 Millionen Skoville Tabasco-Soße hat zum Vergleich etwa 1600 bis 5000 Skoville Das Essen dieser Chips ist eine Art Mutprobe und verbreitet sich als Challenge vor allem in sozialen Medien auch unter Kindern und Jugendlichen Es drohen jedoch ernsthafte, körperliche Beeinträchtigungen Der Elfjährige konnte das Krankenhaus nach entsprechender Behandlung am Freitagabend wieder verlassen Die Polizei ermittelt in dem Fall Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann tritt auf die Bremse Bei einer von ihm initiierten Pressekonferenz in der vergangenen Woche verkündigte der 65-Jährige bereits seinen Eintritt in die Linkspartei, musste dann aber zurückrudern, als die Linken verkündeten, es läge zwar ein Mitgliedsantrag vor, Mitglied wäre Feldmann aber mitnichten Es bestünden erhebliche Vorbehalte gegen eine Mitgliedschaft, twitterte der Hessische Landesverband und betonte, dass eine Entscheidung den zuständigen Gremien vorbehalten bleibe In der Partei gebe es Widerstand gegen die Mitgliedschaft Feldmanns, der rund 50 Jahre Mitglied bei den Sozialdemokraten war Martina Van Holst, Mitglied im Landesvorstand der Linken, teilte am Samstag mit, dass es weitere Gespräche mit dem ehemaligen SPD-Politiker gebe, bevor über einen Eintritt entschieden werde So lange wolle Feldmann seinen Antrag auf Mitgliedschaft bei den Linken ruhen lassen Feldmann war von 2012 bis 2022 Oberbürgermeister der Mainmetropole Im vergangenen November wurde er bei einem Bürgerentscheid abgewählt Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de